Heute ist ja Sonntag und so ein wunderschöner Ausblick auf Wohin. So klar, das haben wir jetzt noch selber nie erlebt. Bei unserem beliebten Tempel. Das war früher auch nicht so riesig und ganz weit hinten sieht man die Türmähäen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR